Aber interessant wäre, dass ich hier so'n Ding finde, dass ich wiederkomme. Okay. Du hast immer noch keinen gefunden, wie lächerlich. Nein! Wie lächerlich, Alter, willst du mich veräppeln? Ja. Weißt du doch. Kann ich hier in die Gräber rein? Uuuuuh. Uuuuh. Ja, Mann, ich hab da... Ich hab da einen Geist gespawnt. Der kann mich nicht angreifen, aber das Schwein greift jetzt den Geist an. Den Geist? Den Geist. Komm, schubs mich weiter, Geist. Hmmmm. Was da? Komm, greif den Geist weiter an, Schwein. Komm, greif ihn nochmal an. Das bringt ihn dir sogar. Okay, tot ist er. Stay away. Ich steppe heute davon. Okay. Du, du... Ach ja, ist er schön. Vielleicht bekäult er von jemanden cockpit. Centros- Wie macht es sich eigentlich so als ähh... spielen so gerade, so unnämlich... Gut, oder? Du bist aber nur behindert. Ne, das tut mir voll extrem leid, aber... Nicht. Ne handling. Tun ganz. Glaube ich dir nicht. Das interessante Let's Play jetzt über ein paar Folgen. Ja, bei dir, aber auf der Suche. Auf der Suche nach dem Grab. Teil 1 von 100. Zentus hat schon komplett alles fertig. Der hat alles besiegt, ne? Aber ich hab immer noch kein Grab gefunden. Ich glaub's auch nur du. Boah, es kann vieles passieren. Nee. Guck dir die Veränderung an. Ich bin als erstes gestorben. Muss schon was heißen. Ich hab ne Dwayne weggemacht, ne? Ja. Ich hab das Fleisch. Sack. Sag mal, ich könnte eigentlich noch eine zweite machen, aber dafür brauch ich noch Kohle und Durop. Ja, dann grab doch ihr meine Sachen auf. Nö, lass sie liegen. Ja, dann sind sie wenigstens am Haus. Nö. Bräne, ne. Also so schlimm ist das nun auch nicht. Ja. Es brennt. Oh mein Gott, gleich verkleidet alles ab. Nö, nö. Die Bäume stehen gut auseinander. Nicht so wie sonst immer. Wenn ich viel verkehlt im Wald hab. Bin ich voll Spaß. Jetzt weißt du, warum ich da immer so Spaß dran hab, ne? Ja, aber irgendwann will man auch wieder spielen und bauen und ich wollte eigentlich Steinmauern bauen und nicht sterben. Wie konntest du überhaupt die Bäume abfackeln? Einfach, äh, Hound, einfach mit, äh, da im Boden reingehen. Konntest du aber auf den Baum machen. Das geht. Hm? Hound. Äh, Evergreen. Ja, du bist behindert. Nö. Kann ich sogar Hound? Ja, Mann, ich kann sogar in so'n, so'n, sag mal so'n, Hasenhülle gehen. Wenn ich in Hasenhülle gehe, kann ich die Nasen rausholen. Erst mal die Schmetterlinge gegessen. Übertrieben. Und dadurch ist mein Gehirn runtergegangen. Warum ist du ein Schmetterling? Saron, die lagen da. Hat mir gut was zu essen gebracht auch. Ja, hinten haben wir Sümpfe. Oh komm, gib mir doch so'n Scheißding jetzt. Du bist ein Scheißding, ja. Fliegen schon die ganze Map hoch und runter. Und was ist nichts. Und was ist Fläsche, sag mal, nur behindert. Hm, hm. Doch. Hm, hm. Ach. Eine Riesenfläche von nichts. Ein Hauch von nichts. Oh, hier hinten sind, äh, Bufferlos. Cool. Stimmt ganz weit unten. Nee, den Weg entlang. Geht relativ. Achso. Aber das ist immer noch schade, dass die Map nicht mit aufgedeckt wird. Ja. Zumindest, wenn man auch normal langläuft, dass der andere das auch sinkt. Ja, als normal würde ich's verstehen, aber jetzt, wenn ich als Geist bin, natürlich nicht. Nein, nein, gar nicht. Natürlich nicht. Aber, wie gesagt, wenn man normal rumrennen würde, und sich die dabei auch für den anderen mit aufdecken würde, wäre schon besser. Ja, könnte man sehen. So, wo wo was ist. Sonst ist das ein bisschen kacker. Und so würden sich solche Gräber auch lohnen, irgendwo, wenn einer was aufgedeckt hat. Da und da ist eins. Kann man hingehen. Ja. Aber... Hey, du sollst das doch nur Arsch. Nimmst du nix. Zack. Boah, ne riesen Wüstenfläche. Wow. So. Oh, ein bisschen viel dunkel und ich hab schon wieder nix gefunden. Yay. Optimal. Optimal behindert, würde ich sagen. Wollte ich auch gerade sagen. Optimal behindert. Hashtag optimal behindert. Ähm, ja. Aber ich muss dir wirklich Angst machen, da ich jetzt gerade am Rand gehe. Dass ich Pech hab, dass ich nicht so ein Ding finde. Ja. Jetzt ist dunkel. Wie ist das passiert? Das kann sogar passieren. Danke, was passiert, das passiert. Ja, und was machen wir dann? Oder mach ich nur Kacke als Geistform? Ja. Auch wenn du kein Geist bist. Bisschen koche die koch koch. Ladi, ladi, ladi. Aber diesmal leckt das nicht so extrem, wenn ich lauf, ne? Ja, das weißt du ja eher. Hm? Das weißt du ja eher, ob's leck geht. Ja, ich hab dich ja schon längst rumgeheult. Ja, ich kann nicht laufen. Ich glaub, dann wärst du schon bestimmt fünfmal gestorben. Keine Ahnung. Kann sein, ja. Oh, hier sind Spinnen und Schweine auf dem Fleck. Ich krieg einen Anfall. Die könnte man so gegeneinander aufhetzen. War nicht optimal behindert. Finger brauchen wir auch unbedingt, ne? Was? Finger. Ja, das ist, wie gesagt, die Puffalo sind in der Nähe. Da musst du den Weg lang gehen und dann kreuz ich ein normaler Weg mit einem Steinweg. Dann gehst du einfach den Steinweg entlang. Sag doch, halt's Maul. Oh, viele Spinnen. Ihr könnt mich nicht angreifen, ihr könnt mich gar nicht töten, ihr Spinnen. Kannst überall schrecken. Dann verwandeln sie sich. Ne, die haben Angst. Die verwandeln sich aber auch. Ja, aber da bestimmt nur die kleinen, ne? Ja, ich glaub, das ist generell egal. Und Schweinedorf wieder? Übrigens, deine Sachen liegen da immer noch rum. Ja. Oh, ein Schweinekönig, danke. Ich hab mich grad so voll gefreut. Okay. Soll ich den... Ich hab eins gefunden! Was? Beim Schweinedorf direkt. Ja. Ja, das ist meistens so, dass es beim Schweinedorf eh ist. Bam! Ich hab's gehört. So, ich bleib jetzt erstmal einen Moment beim Schweinedorf. So, klululululululu! Klulululululu! Ich will nicht wissen, wie weit ich weg bin. Ach du Scheiße! Oh mein God! Ach, die geht extrem weit. Was ist eigentlich mit diesen... Guck mal, sind Froschmännchen da? Die tun einem gar nix, oder? Doch, wenn du in der Nähe bist, dann leben wir. Jetzt ist das hier losgerannt erst. Ja, ja. Das dauert einen Moment. Aber die sind auch... Sind aber extrem schnell. Jetzt hat sie der Geleckt mit einmal. Okay, man sollte davon nicht sprechen. Ne, das ist, weil ich mich mehr wegbewege, deswegen. Davon kommt das. Vorher, weil mich das Vieh damit einfach fast kriegt. Das ist nicht gut. Was bräuch ich denn für eine Fackel? Okay, ich sammel jetzt noch die Dinger hier ein, und dann werde ich mich auf dem Heimweg machen. Ach das. Das ist das einzig Stören, du. Wenn ich hier was aufdecke, das ist irgendwie zu lecken. Ja, dann musst du dich vielleicht mal so ein bisschen im Gebiet aufhalten. Ach, heiz im Maul. Ich möchte dir doch nur Tipps geben und ein helfender Mensch sein. Komm, zu dir. Ja, heiz im Maul. Ja, heiz im Maul. Na, was? Böö. 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 Okay. Böö. Ah, okay, da auf anderen Seite von unserem Weg. Böö. Böö. Es gibt sogar Wurmlöcher. Was? Achso, ja. Was? Es gibt sogar Wurmlöcher, aber ich habe einen lebenden Baum gefunden. Ähm, die leben. Okay. Ich habe... Okay. Okay. Äh, dass sie die fressen. Alter. Alter. Vielen Dank.